Die erste klimaneutrale Industrieregion Europas. Ein Land, das in Vielfalt zusammenhält. Ob in den Kommunen, im Landtag oder der Landesregierung, wir Grüne gestalten eine lebenswerte Zukunft. Das ist unsere Vision für Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist bunt und vielfältig und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir das vielfältige Engagement der CSD-Vereine vor Ort stärken können. Insbesondere das Ehrenamt wollen wir so gezielt fördern. Die Kommunen und die Engagierten vor Ort leisten Herausragendes bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Deshalb unterstützen wir als Landesregierung die Kommunen mit zusätzlichen 390 Millionen aus dem Sondervermögen für die Unterbringung von Geflüchteten. Zusätzlich dazu unterstützen wir die Kommunen und die Engagierten vor Ort auch mit 10 Millionen für die Integration und die Sprachkurse vor Ort. Der Schutz von Frauen vor Gewalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, unterstützt die Landesregierung die Frauenhilfe-Infrastruktur mit zusätzlichen Mitteln, um zusätzliche Frauenhäuser in die Landesförderung aufzunehmen und insbesondere Kinder, die auch immer Mitbetroffene von häuslicher Gewalt sind, besonders zu unterstützen. Mit einer weiteren Fachkraftstelle für alle landesgeförderten Frauenhäuser wollen wir die Arbeit mit Kindern und den Kinderschutz in Frauenhäusern stärken.